Kannst du die anderen dann auch für was vorhaben? Ja. Ja, hier hat es geblendet. Ja, muss doch sagen. Das ist ein Problem. Was hast du denn im Auto jetzt noch gemacht? Wir treten gar nichts. Das ist alles komplett so viel aus der Fabrik. Auch keine Reifen. Das sollte eigentlich überhaupt kein Track-Tool sein. Da fehlt einfach nur eine Lösung. Womit bist du ja sonst unterwegs? Sonst wird ein Golf-Arm, aber den habe ich ja geschrottet dieses Jahr. Hier ist zum Glück offensichtlich nichts passiert. Nein, Gott sei Dank. Aber der Arm war halt total schade. Das ist das Problem. Ja, das war beim Fall vorhin ein bisschen anders. Das war dann noch nicht. Ich habe das in der Karite, aber das war egal. Ich habe das in der Karite. Aber das war schon mal. Ich habe das in der Karite in der Karte. Ich habe das in der Karite. Das war's. Ja, was für ein Kiste geht dann auch ganz gut. Ja, man kann auch mit so einer Kiste Spaß haben. Das ist wie vorher 300 PS Golf A gewöhnt, bis halt eben. Das ist mein Übergewöhnungsverlust. Die Strecke ist immer noch rechts und links nass. In dem Moment, wo die Solle untergeht oder hinter den Bäumen verschwindet, zieht das sofort wieder an, als wird wieder nass. Und natürlich zuerst da, wo es vorher schon ein bisschen feucht war. Ja, aber auch vorhin dachte ich, ich werde da noch feuchten ein bisschen nass. Was ich damit noch Zeit lang gefahren bin. Wie ist das mit einem Unfall passiert? Einfach zu schnell in die Schikane reingefahren, direkt am Anfang von der Runde. In die hohen Reinschikane. Allerdings da, wo man aus der kompletten Runde kommt und auf dem Trackday. Also auf der Bettingerhöhe mit vollem Tempo und dann ein bisschen zu schnell in die hohen Reinschikane reingefahren. Da sind so Bodenwellen in der Mitte von der Schikane. Auf dem hat es mir das Heck weggehoben. Aber die Kiste weg. Überschlag, Gott sei Dank, verhindert. Das ist ein Dreher mit Überschlag. Aber rechts und links angeschlagen, wie jemand bei der Leimplan kennen. Hier ist nix passiert, oder? Nicht mal ein sauer Fleck oder ein Kratzer oder so. Gar nix. Das ist ein Dreher mit. Aber rechts hat einen Schikane. Und dann hat er einen Schikane. Oder geht ihnen? Ja. Ja, nicht schick. Das ist ein Dreher. Wenn die Kiste rausgefahren aufzuse. Kurk. Für den Bühne. Ich bin jetzt hier. Beide ich eine Entscheidung. Wenn es einmal der weinen Kiste vaccinesos So, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020